Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Schaufensterkonzert im Haus der Klaviere Gottschlingen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich spiele Ihnen heute Musik von Domenico Scalati, von Ludwig van Beethoven und von Claude Dressy. Das erste Stück ist die Sonate F-Moll von Domenico Scalati. Im Kirkpatrick-Verzeichnis ist die Nummer 239. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik Nun spiele ich für Sie von Beethoven Wir prüfen die 32 Variationen in C-Moll Musik 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 Nun spiele ich Ihnen noch zwei Präludes von Claude de Bessie. Da Claude de Bessie die Titel dieser Präludes an das Ende des Stückes gesetzt hat, werde ich Ihnen auch erst nach dem Stück den Titel nennen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020